Musik Sir Weyer, Katalog Nummer 8, ein im Februar geborenes Hengstfohlen vom Sir Donahal 1, Apache und Don Shufro. Dieser bereits weit entwickelte Sohn des Sir Donahal 1 entstammt einer Embryo-Transferanpaarung. Seine Mutter ist die Staatspringstute Hawaii vom Apache. Sie war Teilnehmerin der westfälischen Eliteschau und beendete ihre Stutenleistungsprüfung mit einer dressurbetonten Endnote von 8,9. Ihre Mutter ist keine geringere als Isabel Werths Weltklasse Erfolgspferd Weyergold, die neben ihrer sportlichen Eigenleistung auch Mutter von gekörten Hengsten und es erfolgreichen Sportpferden ist. So kommen zum Beispiel die gekörten Hengste Sir Weybach, Total Hope, Damon Gold, 4 Gold, Dodo Weigand, Viva Gold und Iover Gold aus der direkten Mutterlinie dieser Katalog Nummer 8, Sir Weyer. Musik 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 Musik